Was passiert in dieser Folge? Oh, ey, man kann nicht einen Tag in dieser Familie gescheit ausschlafen, man. Es ist Samstag, Leute. Diese scheiß FIFA, ich spiel das Spiel nie wieder. Ey, Mann, ey. Was ist los mit dir? Du bist doch mein älterer Bruder. Warum scheißt du die ganze Zeit rum? Ich will doch einmal ausschlafen. Ich fall dir die ganze Zeit. Was soll ich denn machen? Wir haben doch heute ein Familienfest. Freust du dich nicht? Schon, aber... Sag das nicht, sag das nicht, sag das nicht unsere Mutter. Was denn? Dass ich meinen Hügel kaputt gemacht habe. Was hast du gemacht? Du hast den Monitor kaputt... Oh mein Gott, du hast einfach den... Ey, oh mein Gott, wenn Mama das sieht, du bist am Arsch, Junge. Du fällst mir, du wirst sehen. Ich sag nix, alles gut. Vater? Oh, was ist hier drin? Was ist hier drin? Nein, nein, warte, warte, was ist hier drin? Oh, Alunaitis. Guten Morgen, Papa. Was machst du denn hier? Ich gucke, was in dieser Geschichte ist. Aber du weißt doch, wir müssen noch zwei Wochen warten, bis Weihnachten ist. Ich weiß, aber ich will wissen, was da drin ist. Verstehst du? Okay, was soll denn da drin sein? Da sind halt Geschenke drin. Ich meine, das kannst du doch abwarten. Nein, die Pfannkuchen sind schon wieder auf den Boden gefallen. Jetzt brauche ich auch noch Milch. Alunaitis. Ja, Mama, was ist los? Hol mal Milch von deinem Onkel. Ey, was ist los heute mit euch? Ihr seid alle so unter Stress. Lasst doch mal ein bisschen entspannen. Ich weiß, es ist Familienfest. Opa und Oma kommen, Onkel kommt, alle kommen. Aber könnt ihr nicht ein bisschen entspannen? Nein, es muss alles ganz schnell vorbereitet sein. Komm, jeden Moment. Leute, was passiert in dieser Folge? Ich muss hier zu Onkel gehen. Ich muss Milch holen. Leute, mein Onkel ist aber verrückt, Leute. Ich muss euch das sagen. Der ist wirklich verrückt. Ehrlich. Aber da ist hier mein Fuchs. Wo warst du denn die ganze Zeit? Ich habe dich schon gesucht. Fuchs, ich gehe nach Hause. Oh, endlich, Leute. Jetzt bin ich bei meinem Onkel. Was sind das für... Was sind das für Nutten? Willst du mich farschen? Nein, Papa, ich... Ey, wenn das nochmal vorkommt, dann wirst du sehen, was passiert. Komm dir alles weg, deine Plänkuchen, dein PC und deine Suche. Nein, bitte nicht. Und warum bist du nicht krank? Du gehst schön in die Schule. Bitte nicht. Ja, okay, okay. Ey, mein Onkel ist hier komplett am Durch... Äh... Hallo, Onkel. Wie geht's dir? Ich habe mich so vermisst, mein Süßer. Echt jetzt? Freut mich. Ey, was geht, Tim? Lange nicht mehr gesehen, Junge. Ja, echt lange, ja. Ey, meine Mutter hat mich geschickt. Ich soll Milch holen bei euch, weil... Ihr kommt ja alle später zu uns und sie ist gerade am Backen und auf einmal keine Milch. Deswegen, wir brauchen Milch. Ey, ey, Tim, bring mal dein Kusenschen Milch. Ja. Freust du dich schon? Kommt ihr später zu uns? Ja, die kommen, glaube ich, so um 16 Uhr oder so. Oh, super. Ey, danke. Ja, okay, Onkel und Tim, bis später dann. Ja, grüß deine Mutter von mir. Mach ich, mach ich. Okay. Oh, läuft doch eigentlich ganz entspannt. Ich dachte eigentlich, dass er sehr sauer ist auf seinen Sohn, was er eigentlich auch ist. Aber er ist halt schon ein Psycho, ne, muss man schon sagen. Der erzählt manchmal so peinliche Witzel, Leute. Das ist nicht normal, wirklich. Ihr müsst mal darauf achten. Das ist wirklich unterste Grenze. Aber egal, wir haben jetzt die Milch geholt. Meine Mutter wird jetzt glücklich sein. So. Mama? Bist du zu Hause? Hallo? Ach, da bist du ja. Ach, da bist du ja. Hier ist die Milch. Schau mal. Danke. Okay, gut. Jetzt kannst du machen, was du willst. Mama, ich wollte ja die Party noch ein bisschen organisieren. Mama, ich wollte dir was erklären. Kannst du dir meinen Monitor kaufen vielleicht? Warum? Koch doch auch sein eigenes Geld. Ich hab ja den Geld, ich hab glaube ich meinen Monitor gut gemacht. Dann spare mein Geld in Warte. Was hast du kaputt gemacht? Du hast voll mit Zerträgen. Nein, ich hab nicht auch was gemacht. Nein, das war das. Was redest du? Ey, was möchtest du, Junge? Nein, das. Ey, nein, ich schwör, das war er. Das war nicht ich. Schau mal seine Glatze an. Du bist 25, du hast schon Glatze. Was passiert mit deinem Kopf, Mann? Ey, los, geh weg, geh weg, geh weg, bitte. Alter, Leute, ich muss die Party ein bisschen organisieren halt, ne? Weil später kommen ja auch Oma und so. Oh, Mann, ey. Das ist wirklich nicht normal. Ich hab mir gedacht, dass wenn alle kommen, Leute, das wird voll lustig, dass wir uns erstmal alle irgendwie vielleicht hier hinsetzen, und einen Film anschauen und dann langsam dann zum Essen gehen und dann vielleicht ein bisschen zusammen reden und ich und meine Neffen und Cousins gehen wir nach oben und wir spielen dort ein bisschen, keine Ahnung, Playstation oder so, haben halt voll viel Spaß. Ich hoffe, das funktioniert wirklich alles. Ich hoffe, es eskaliert nicht. Fuchsi, was hast du denn eigentlich heute schon gemacht? Du warst die ganze Zeit draußen. Mama, kannst du bitte die Tür abstellen, abzumachen, weil Fuchsi schleicht sich die ganze Zeit raus? Okay. Gut, du bleibst ja nicht zu Hause. Es ist kalt draußen. Ey, Leute, ich hab gehört, dass mein Opa angeblich mit einer neuen Frau zusammen ist. Ich hab's gar nicht geglaubt. Ey, Rock, ich sag dir ehrlich, was soll das? Hör auf mich die ganze Zeit für Sachen schuldig zu machen, die ich nicht getan hab, Junge. Äh, das war's, du wunderbar, ja, das warst du, ja. Über dich nicht ausgehen. Rock, warum machst du's? Du bist doch mein älterer Bruder. Ich mein, du musst mich doch beschützen. Ich will keinen Ärger bekommen. Ja, Chocolata, ich will doch auch keinen Ärger bekommen. Du warst schon verdient. Ah, Junge. Oh, Oma und Opa sind da. Ey, hallo. Wie geht's dir, Opa? Gut. Und dir? Auch gut, lange nicht mehr gesehen. Lass dich mal drücken. Oh, Gott, oh Gott. Warte mal, äh, wer ist das? Äh, das ist meine Frau. Was? Das ist deine Frau? Ja, kommt, Kinder, ich muss euch mal was erzählen. Hört mal alle mit. Opa? Okay, ich will gerne verpassen. Hört mal alle mit rein. Okay. Ich hab euch davon nie erzählt, aber heute ist der Tag. Und zwar, ähm, meine, ich kenn doch alle deine, du kenn doch deine Oma, so, ne? Ja, natürlich kenn ich Oma. Wo ist Oma? Wieso ist Oma nicht da? Wo ist Oma? Ja, es kommt doch alles, alles tut. Ist ja richtig klar. Das war so, Oma wollte halt eintauchen gehen. Ja. Und danach ist so ein Flugzeug gestürzt und das Flugzeug ist dann auch so gestürzt. Was? Dann ist er halt gestorben. Und du erzählst es erst jetzt? Wann ist das passiert? Was ist die Tourismusbrust? Ähm, ja, das ist ungefähr so eine Woche oder so. Das ist gut. Hä? Und du hast direkt eine neue? Ja, ich konnte halt nicht mein ganzes Leben lang ohne eine Frau bleiben, weißt du? Ich musste halt jemanden an meiner Seite haben, der mich halt ein bisschen unterstift. Und wir haben uns dann am Anfang an so wie's fängt. Und so, ja. Wie? Aber einfach, der Altersunterschied. Ich mein, Opa, du bist, du bist 50 und, und sie ist erst, ich weiß nicht, so vielleicht 20 oder so? Nein, die ist 65. Ja, halt wegen dem Altersunterschied. Du kannst uns hier nicht verarschen. Schau sie mal an. Ja, was soll man halt machen? ja, und hat's gespielt. Lass doch jetzt erst mal das Fest genießen und so und andere Sachen machen. Ja, aber Mama, das Ding ist Omas gestorben vor einer Woche. Wir können doch nicht so tun, als wäre nichts passiert. Doch, ja, ist doch nicht schlimm. Ach, du kacke, Leute, was passiert mit euch allen, Wir sind doch eine Familie, sollten wir nicht zusammenhalten? Ah, was für ein Fest. Ich hab jetzt schon keine Lust mehr. Ich, warte, hat jemand, es hat jemand geklingelt. Es hat jemand geklingelt. Wieso macht denn keiner auf, man muss sich immer aufmachen? Onkel, endlich bist du da. Wenigstens ein normaler. Hallo, Latis. Mama, Mama. Ey, ich kann das alles nicht mehr. Schön, dich wieder zu sehen. Wirklich, ich kann das alles nicht mehr. Du weißt gar nicht, was alles passiert ist. Ja, schau, Opa hat eine neue Freundin, sie ist 25, Opa ist 50 und Oma ist gestorben vor einer Woche und der hat jetzt direkt eine neue Frau und für ihm ist das egal. Mama und so finden das auch alle in Ordnung und die tun so, als wäre nichts passiert. Kannst du bitte irgendwas machen? Ja, ich gehe mal zu ihm. Opa, was passiert mit deinem Kopf? Chocolata. Wer dann richtig mit mir? Ich bin älter als du. Ja, ey, Onkel, entspann dich mal, das ist immer noch unser Opa. Ich muss, wir müssen es einfach akzeptieren. Leute, er ist halt der Älteste und wir müssen es einfach akzeptieren. Wo ist deine Mama? Hier, komm. Hallo, wie geht's dir? Schön, dich wieder zu sehen. Ja, auch gut. Und wer ist das hier? Das ist mein großer Bruder. Hast du vergessen, dass ich einen großen Bruder habe, oder was? Ihr seht euch halt gar nicht ähnlich, ne? ich weiß schon mal, was seine Glatze an der hat. Mein Vater ist, glaube ich, oben. Ich weiß nicht. Er repariert, er versucht, den PC zu reparieren. Drog hat PC-Kamot gemacht. Wie geht's dir, Bruder, jetzt? Oh, guten Tag, Bruder. Mua, mua. Gibt's G-Gut? Ich habe mich gestört beim Arbeiten. Nein, nein, alles gut, alles gut. Wo ist der Kleiner? Der Kleine ist oben am Spielen, komm mit. Ich sag dir mal Hallo, komm. Ey, Oh, zockst du gerade, oder was? Wie geht's dir, Kleiner? Schau mal, da ist Onkel. Hallo, Onkel. Hallo. Nein, der Grüne. Du bist auch immer am Zocken, ey. Ja, hallo. Du bist auch immer am Zocken, ey. Ja, macht halt Lust, ne. So, denke ich, ich habe schon gemacht. Mhm. Hab ich dich gestört beim Zocken, oder? Nein, kein Problem. Wenn du bist, kannst du hier mitkommen. Wir gehen jetzt alle runter. Jetzt gibt's endlich Essen, Leute. Mama hat bestimmt alle schon vorbereitet. Oh, was gibt's denn? Ähm, es gibt, glaube ich, Hähnchenfleisch mit Gänsefüßchen, mit Tomatengurken, Salate, Fisch, äh, Chicken Döner, Kebab, Adana, alles, Pizza, Reis, alles, was du willst. Oh. Ja. Oh, ey, ich muss echt sagen, Mama, das schmeckt super. Wirklich. Ja, zum Nachtisch gibt's auch noch in der Küche Kekse. Oh, das ist aber nice. Warum hab ich eine neue Oma, und warum hat sie so große Kirsch? Ey, das hab ich mich auch gefragt. Schau mal, wir haben einfach eine neue Oma, was passiert? Einfach Update mit Oma passiert. Ach, Mann, ey. Ja, aber, nee, das geht doch jetzt nicht, dass wir jetzt alle gegen sie sind, weil sie ist jetzt auch ein Teil bei unserer Familie. Ja, sie hat aber sich noch gar nicht vorgestellt. Angelina, äh, bin 25 Jährer und ich mag Designerklamotten. Opa, was hast du dir bloß für eine Frau ausgesucht? Oh, meine Güte, Designerklamotten wurden erwähnt und da war's zu Ende. Da war's zu Ende, Chocolata, was passiert in dieser Folge, Mann? Genau, da war's nämlich zu Ende. Freunde, wenn ihr mitmachen wollt in meinen Roleplay-Videos, dann kommt sehr gerne genau jetzt auf meine Map. Lasst sehr gerne ein Like auf dieses Video oder abonniert meinen Kanal, um in die Chocolata-Army reinzukommen. Und falls ihr, wie gesagt, mitmachen wollt, kommt sehr gerne auf die Map, hier unten in der Beschreibung. Hab ich noch den Max verlinkt und den Ali. Äh, checkt auf jeden Fall Max und Ali ab, die sind von meinem Bauteam, die haben hier auch mitgemacht und die haben auch einen YouTube-Kanal. Macht bei denen vielleicht die 500 Abonnenten voll, versucht einfach alle zu abonnieren auf Chocolata-Basis. Kurs geht raus, Leute, bis zum nächsten Mal.